Guten Morgen, komm her. Guten Morgen, du sagst, ne? So. Ja. Kleine Wolke. Kleine Wolke. So. Den Dich hab ich ab morgen schon gesucht, ne? Goldig. Komm mal her. So. Dich hab ich ab morgen schon gesucht, eine Stunde so. Dich ich endlich gefunden hatte, ne? Hast dich gut versteckt gehabt, Goldig, ne? Hast dich wieder gut versteckt gehabt, ne? Komm mal her. Bist du auch noch fertig, ne? Komm mal her. So. Da noch ein Hallo. Nicht abhauen. Keine Angst. Kein Grund. Kein Grund für Angst, ne? So. Komm her, Wölkchen. Wölkchen darf auch mit spüren, ne? Komm her. So. 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 Ich darf auch mit spüren, ne? Ja. So. Willst du auch mit spüren? Komm her. Hopp. Hallo. Hm? Willst du auch mit spüren, ja? Mal runter. Guck mal da, da ist dein Freund. So. Hm? Da ist dein Freund so. Hm? Ja. Ist da dein Freund? So. Hm? Ist da dein Freund? So. Mein Bunter, ja? So. Hm? Ist da dein Freund? So. Komm her. So. Du alter bunter Bursche, ne? Alter bunter Bursche, sag, ne? Ach mit. Ach mit. Ach mit. Ach mit ne andere Ecke gefunden. Ach mit hast du dir ne andere Ecke gefunden, ne? Komm mal her. So. Ja. Ein kleines blaues gelb Gesicht. So. Ein bisschen klein, ne? Noch ein bisschen klein Sachen, ne? Und so. Und du? Du willst auch noch ein Vogel werden, ne? Mein Grönfink hier, ne? Mein kleiner Grönfink. Willst du noch ein Vogel werden? Ja. Komm. Das klappt doch schon, ne? Das klappt doch schon. Und du? Hm? Mein kleiner Grönfink. Mein kleiner Grönfink. Mein Zwerg. Du bist noch ganz kleiner Zwerg, ne? Du musst noch ein bisschen warten, ne? Du musst noch ins Leben geschickt werden. Jetzt geben wir mir die Fuschel und Ecke, ne? Ab. Aber du hier, ne? Du kannst schon lecker, ne? Schau mal her. Hallo. Die fliegen auch schon. Zumindest ein bisschen eine Runde, ne? Komm her. Was gibt's zum Meckern, ne? 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 Alter Meckerfritze. Ich hab keine Angst haben. Brauchst du. Komm her. Schlüsse hoch. So. Ne? Du bist schon gut, ne? Du bist schon ein guter, ne? So. Dann haben wir ihn noch wieder umsetzen, ne? Achmed, denn kommen wir, ne? Achmed. Hopp. Hallo. Hallo. Achmed will nicht. Komm her. Hm. Was ist denn, ne? Hallo? Hallo. Hey. Hallo, mein Dünches, ne? Hallo, mein Dünches, ne? Mein Dünches, ne? Ich denke, das Fienchen geht's sehr gut, ne? Ja, das Fienchen und der Weg. Fienchen und der Weg, ja. Hopp. Da ist das Fienchen schon wieder im Kasten, ne? Da ist das Fienchen schon wieder im Kasten mal runter, ne? Ja. So, das Fienchen schon wieder im Kasten, ne? So. Was ist jetzt? Ja. Was ist denn, hier, du? Mhm. Sechs. So, ja. Hallo, bist du wieder auf der Jagd? Ja. So. Du bist wieder auf der Jagd. Wird du nicht anfangen, ne? Wenn du auf der Jagd ist, ne? Wenn du auf der Jagd ist, ne? Das war die Flasche. Das war die Klappe. Hallo. Williagst du den jetzt wieder? Williagst du den jetzt schon wieder? Da. Und noch ein kleiner. Das war's. Und tschüss.